Was ist für mich wichtig, kreativ mit dem Glauben umzugehen? Es ist für mich wichtig, kreativ mit dem Glauben umzugehen. Und ich behaupte mal fantasievoll, damit folge ich dem Schöpfer, der eine Kreation, die Creatio Mundi, die Erschaffung der Welt geschaffen hat. Insofern bin ich ganz fantasievoll gesagt, Mitschöpfer, Mitarbeiter Gottes und steige ein in seine Schöpfungstätigkeit. Ich versuche kreativ zu sein und aus einem Brunnen zu schöpfen. Und in diesem Brunnen, den ich für mich entdeckt habe, im Brunnen der Heiligen Schrift entdecke ich hier und da ein konkretes Wort. Das wechselt im Laufe der Jahre vielleicht ein wenig. Und diese Worte arbeiten in mir und geben mir Hoffnung. jetzt anxious. Eine Klische Rufe experi dress mungkin? ANNA hell. Ja!